Booyah, Klo-Klo-Klo-Klo, was geht? Hier ist euer Mr. Lyris und heute Männer-WG mit dem guten Kalle. Ja, und damit ein Hey, 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 Halli alle Leute an meine Zuschauer. Willkommen zurück zu die Männer-WG. Ja, und Leute, wie ihr seht, ich habe einen neuen Shader. Ich habe den Shader, den Kalle auch hat. Er hat mich überredet. Und ich habe mich aber noch so gefragt, du Arsch. Ja, okay, ich habe dich gefragt. Aber weil du jetzt die ganze Zeit benutzen, darüber redest, habe ich mich so überredet, darüber gefunden. Den Fall ist jetzt überredet. Fertig. Aus. Fertig auf Wasser hier, normal. Boah, das sieht ja mal Hammer aus, hier mit dem Leuchten hier und der Himmel und dann den Zombies da oben. Ach, ist das nicht schön? Wenn die Spinne da, die noch da rumkauft und hier aus dem Haus will. Nein, die ist jetzt da oben. Guck mal, hier ist sogar die Mondfilms, denn das ist gerade richtig schön. Sieht einfach toll aus. Ich habe das Döf, also Soy-Stöf habe ich jetzt. Das ist mit ein bisschen verformt sein. Das finde ich noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Das ist einfach, wow, ich genieße das richtig. Und der Kalle hat eine Frage an mich. Du darfst es auch gerne an mich stellen. Das ist bei dir auch ein bisschen verzögert, wenn du in den Ofen gehst. Ich gehe ran am Ofen und dann geht erst kurz danach auf. Nicht sofort, wenn ich draufklicke. Das an mir liegt, aber eigentlich dürfte es ja nicht sein. Das weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ich stehe jetzt vor dir. Gehe zur Seite, komm wieder vor dir. Gehe zur Seite, komm wieder vor dir. Oder ist das bei dir auch verzögert? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch verzögert. Bei mir ist auch das Problem. Unsere Hütte sieht auch viel schöner aus mit den Lichtern hier und so. Das kommt viel schöner rüber. Richtig gemütlich. Das ist, wow. Bin ich echt begeistert davon. Aber guck mal, wenn ich meine Kisten öffne, dann schließen die sich manchmal auch gar nicht. Dann sind die meisten noch so offen oder so. Voll komisch. Aber wenn ich jetzt so mache, ich weiß nicht, ob das eine Sekunde ist. Eins. Ja, eine Sekunde brauchst du schon. Dauert eine Sekunde, ne? Okay, dann liegt es nicht an mir. Gut, das wollte ich nur wissen, weil es ist ein bisschen, hangt ein bisschen hinterher. Aber warte mal, ich habe mir gegeben. Warte mal, wir können dann gleich, wenn ich hier schon an der Kiste bin, kann ich doch gleich hier Dings machen. Scheiße, ich habe nicht genug Holz. Doch, hier ist ja noch Holz. Wir wollten ja eigentlich den Nether, ne? Ich wollte gerade sagen, lass mal die Kale anziehen, die wir jetzt vorhaben. Ich möchte nur noch die hier, die Chest vergrößern als Doppelchest. Ah, da kriegst du die Nachrichten. Ich weiß, ich habe sie. Ich muss mal kurz Steam offline gehen. Entschuldigung. Es tut mir leid, aber... Ihr wisst doch, die Leute, die möchten spielen. Es ist eine Sucht, warum nicht? So, ich bin bereit. Ich habe ein Dierschwert. Ich habe... Warte mal, ich habe... Warte mal, ich lasse sie mal hier. Das wäre ein bisschen schade, wenn ich jetzt die Dierspitzhacke damit komplett aufbrauche. Ich bin lieber die Eisenspitzhacke. Aber du musst mal kurz warten. Ja, ich möchte mir noch eine Eisenspitzhacke... Ah, warte mal, mir fehlt ein Eisen... Ich gucke mal in unserer Gemeinschaftskisten, ob wir da was haben. Ich mache mir noch zwei Steine zu zacken. Ich habe jetzt noch eine Spinne, die wir auf unser Schwert... Zack, zack. Wurde es mal schmecken. Ach, ist doch schön mit dem Shader. Es sieht alles so gemütlich aus. Ja, der Shader ist wirklich super. Das stimmt schon, das stimmt schon. So. Aber ich finde den anderen Shader, muss ich sagen, auch sehr schön. Aber bei den anderen Shaders ist es einfach bloß so, dass der so wärmer rüberkommt von den Farben her. Da kommen die Farben einfach wärmer rüber. Ich habe auch viele Shader, die ich total toll finde. Aber den benutze ich halt irgendwie am meisten, weil irgendwie, weiß nicht, so ist... Das gefällt mir am allerbesten, weil... Vor allem bei dem gefällt mir einfach das mit der Fackel. Wenn du im Dunkeln bist, machst du die Fackel in der Hand. Mir gefällt das, wie die Lichtumgebung ist. Die passt einfach. Bei den anderen ist es ein bisschen heller, dass die Helligkeit ein bisschen mehr leuchtet. Aber hier, das sieht zu krass aus. Guckt euch mal das an. Nee, boah. Ja. Pass auf, du musst es mal so sehen. Hier ist dunkel, ne? Hier ist dunkel, ne? Nimm mal jetzt eine Fackel in die Hand. Ich hab keine. Dann bau dir eine ab. Warte, warte, warte. Habe eine. Stell ich hier hin und jetzt nimm sie in die Hand. Ja, kenn ich. Geil, ne? Das ist das, was ich an dem... an dem... an dem... an dem... an dem... an dem... Shader total liebe. Einfach, dass der das einfach heller macht. Ja, ich finde es auch schön, wie der, äh, wie der das mit den, äh, detailliert hat. Das ist einfach sehr schön detailliert und genau gemacht. Das, deswegen ist das schön. So, warte. Ich bin schon... Ich pack schnell mein Zeug weg. Ich geh schon mal rein, ne? Ja, ich packe hier mein Zeug schnell weg, was ich nicht brauche. Ja, ha? Aber, ein bisschen Holz nehm ich mir mit, ja. Sicher ist sicher. Und Stein nehm ich mir auch mit. Mit Shader, oah. Mit Shader, äh, ich sag dir aber eins, den Shader hier wirst du gleich abkotzen, wenn du mit Shader ins Nether kommst. Ja, bring mal bitte zwei Fackeln mit. Einmal für dich und einmal für mich, bitte. Bitte, bitte. Ist zu dunkel, ja? Ja, es ist sehr dunkel. Aber ich möchte irgendwie den Shader nicht ausmachen, weil Shader ist geil und von... das Feuer und so sieht echt hammer aus mit Shader. Ist so total Bombe. Alter, wie die Lava leuchtet, ne? Alter, scheiße, Alter. Die tut echt weh in den Augen. Jetzt hab ich das zum Beispiel gerade, dass das mit der Rockbench nicht geht. Aua, aua, aua. Das tut echt weh auf Dauer in den Augen. Guck mal gleich runter, wo die Lava... äh, der Lava-See ist. Alter, das ist hart. Richtig heftig. Kann ich gerne machen. Oder später. Äh. Ich denke doch, dann hab ich jetzt alles. Sie Fackeln? Backeln hab ich, vier Stück. Gut. Und dann komm ich jetzt auch. So. Ich seh grad, mein Mikrofon ist direkt vor meiner Fresse. Hier könnte ich ja... Ich rede heute ein bisschen... Ich rede langsam irgendwann wieder ein bisschen ruhiger. Ich auch. Ich glaube auch, dass ich in letzter Zeit schon wieder total müde, ne? Also ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich bin in letzter Zeit wieder total müde. Ah, warte mal. Jetzt hab ich das Allerwichtigste vergessen. Ich brauche hier mal diese Melonen ab, weil ich merke gerade, ich hab gar nichts zu essen mit. Ja, ich möchte auch noch mal... Oh, ich hab noch drei Brote. Ich springt am besten nicht rum. Wohl mit mir in der Gemeinschaft schaust, ob da noch Brote drin sind. Weil ich packe da an Dauern Brote rein. Hallo Creeper, wollen wir köcheln? Ja. Können doch nicht alle auf einmal verschwinden. Hallo. So oft wie alle anderen. Oh, ich möchte die Tür aufmachen. Danke. Ähm, Kartoffeln sind hier drin, ne? Abkratzer hat auch auf Twitter bekannt gegeben, dass er zur Zeit keine Videos mehr macht. Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Warum denn? Irgendwelche private Gründe. Eigentlich wollte ich dich nochmal fragen, ob du weißt, was bei mir ist. Nee. Ja. Jetzt wissen es manche Leute. Bei Abkratzer ist... Nee, irgendwie ein Privatgrund hat er gesagt, dass jetzt nicht regelmäßig mehr Videos kommen und so und Pipapo. Und das halt zur Zeit halt ein bisschen privates Zeug zu erledigen hat, was sehr wichtig ist. Ist ja auch verständlich. Ja. Ah, alles Liesi. So, ich baue hier nur den Quarz noch ab und warte auf dich voller Langeweile. Na, ich habe jetzt nur Melonen. Also ein Brot ist da nicht mehr. Ich bring dir bloß Melonen mit, ja? Alter, ich knall da immer Brot in die Kiste. So viel Brot kann doch kein Mensch verbrauchen. So selten, wie alle aufnehmen. Also selten nehmen die doch. Manche nehmen auch ihren Tag auf, glaube ich. Wer denn? Oder? Ja, wir. Wiss ich nicht. Wir wieder. Ne, deswegen. Oh, auslöserlos. Das sieht ja richtig cool aus. Boah. Aber es ist wirklich dunkel, ja. Du hast recht. Ja, das stimmt, ne? Aber die Lichter sehen sehr richtig wunderschön aus. Hier. Deine Fackel zum Leuchten. Aber die Labe und das Feuer. Oh, nee. Das lassen wir so. Auf jeden Fall. Oder was meint ihr? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich mache es jetzt einfach mal. Ich will es mal austesten. Da vorne ist halt ein Wernabohr. Oh, Alter. Das ist ja wirklich... Oh, hier ist Quarz. Das bauen wir mal ab. Oh, oh. Hast du gerade den Gas gewusst? Ja, alles. Wiese. Wenn er schreit, weiß Bescheid. Wenn er schreit, weiß Bescheid. Hahahaha. Oder wenn auf einmal so... Pschschschsch... Das ist... Ah! Pfff. Aber wir schließen da nicht an. Bei PvP aus ist, ne? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte er dich nicht ab... Okay, PvP ist dann. Du dreckige Sau. Mann! Oh, ich habe doch nicht schon so viel Essen. Mensch, Kalle. Da vorne ist der Gas. Ich gehe mal hin und gucke mal, ob der mich abwirft. Wird bloß... Ich wollte ja bloß gucken, ob das... Äh... Du Schaden kriegst. Dann ist ja PvP ja an. Dann können wir ja hier runtergehen. Dann hätten wir ja unsere Arena hier unten bauen müssen, um zu fighten. Alter, Gas tut dir nichts. Ja, so tun die Monster allgemein dann nichts wahrscheinlich, wahr? Naja, die Zombie-Pigments ja so oder so nicht. Das ist wahr. Die tun so oder so nichts, aber die anderen tun auch nichts. Also du kannst ja nur vorbeigehen und... Die Wizard tut dir nichts. Auch nichts. Die chillen auch nur rum. Ja, aber eigentlich, wenn es Vanilla wäre, wenn es Vanilla wäre, weiß ich nicht. Wir sind mit Mattel. Der Wizard würde normalerweise angreifen. Wir hätten ein Haustier. Und so ein... Und so ein... So ein schwarzes Skelett, ich weiß nicht, wie die heißen. Nein, Wizard-Skelett heißen, die greifen nicht an. Die greifen nicht an. Die greifen nicht an. Die greifen, wenn du Vanilla hast, greifen die dich automatisch an. Ja, aber hier greifen sie nicht an, war nicht. Ja, okay. Wo bist du hier? Ich schon anlaufend, war er schon drin. Ja, war hier schon drin. Ich schon anlaufend, Merk, waren hier schon drin. Wann denn? Ähm, im Stream. Oh. Ja, du hattest ja Internet-Probleme. Hehehe. Ich hätte doch so keine Zeit gehabt, weil ich zu Hause war. Ja, hier ist auch nichts mehr drin. Da habe ich schon gelootet. Aber warum gehen wir denn hier rein? Warum nicht? Wenn du die eh schon gelootet hast. Ja, ich will hier hinten lang und dann irgendwie raus wieder. Ich bin hier oben, ne? So. Boah. Wollen wir mal hier gucken. Ey, guck mal den Labasee an im Dunkeln, Alter. Das ist echt hart. Wie scheiße, der Held, das ist. Guck mal, das ist ne Böseer. Hä, wo ist ne Böseer? Hier. Das ist ne Blaze. Oder Blaze, keine Ahnung. Das ist ne Ruhe. Mann, ey, du springst einfach dazwischen. Hast du auch geschlagen, oder wat? Na, ich bin auf die draufgegangen und habe zugeschlagen. In dem Moment. Ich auch. Geil. Ich bin auch gerade zugeschlagen. Ich habe auch zugeschlagen. Geil. Ja. So, bis so draufgegangen ist. Hier, guck mal, ich dich. Weil, du weißt, ob P-V-P an. Ja, warte, ich komme. Es aber gerade noch was. Boah, ist das hell. Guck mal, wie das erleuchtet, Leute. Alter, wir, wir strahlen, ey. Warte mal, wir werden. Das ist jetzt meine Ruhe-P-P-Shader. Plum. Ach, du benutzt den Ruhe-Plates. Ruhe-Plates sieht auch schön aus. Ruhe-Plates kind. Du bist auch sehr dunkel. Oh. Ich bin auch sehr irritiert mit dem Shader und so, das ist echt anstrengend für die Augen. Oh schon wieder, warte mal, da hinten ist noch ein Teil von Netherburg, den Teil kenne ich noch nicht. Hier würde ich gerne mal hin. Ich bin echt gerade kurz nach vorne, kurz nach vorne. Au, 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 au. Geil. Ah, nice, das brauchen wir. Auf jeden Fall. Weil ich will ja die Stadt verschönern. Mein Glowstone, Finger weg! Die Bats! Die is right, the right is that. Oh, ja, ho. Alles dunkel. Genau, jetzt weiß ich nämlich noch, was wir machen können. Wir können nämlich noch... Oh, da geht's runter. Böse runter. Das überleben wir nicht, wenn wir da runter springen. Du kannst gerne da runter springen. Probier's mal. Was passiert nicht, wenn wir hier runter springen? Na, spring! Ich kann mich runter schlagen. Das geht ja jetzt. Jetzt geht's böse runter. Du bist jetzt runter? Nehmen wir hier die Treppe. Ich bin... Guck mal, das... Ah, da sind zwei Stück noch. Eine nehm ich, eine nehmst du und hoffentlich kriegen wir eine Wohnroute. Oh, fuck! Oh, fuck! Ich mach den Shatter einfach mal aus. Leute, ich mach den Shatter einfach mal aus. Das wär einfach, glaub ich, ein bisschen besser. So kann ich ein bisschen besser interagieren. So seh ich auch mehr. Oh, oh. Auch wenn es schön aussieht. Ich werde... Boah. Ja, ich glaub ich werden aber auch was machen. Ich wollt grad sagen, ich werde zusehen wie der Leib stirbt. Leute, wir machen jetzt auch mal aus, weil du ist alles allgemein hell und so. Das ist für uns gemütlicherweise, schränkt doch schon ganz schön an für die Augen. Ja, das ist sehr angst. Hier oben ist noch so, ne? Die kannst du töten. Und wir wollen ja, dass ihr auch vernünftig gucken könnt. Und weil ihr nicht ganz seid hier, wie sie nicht, die Augen zusammenkneifen müssen, weil ihr denkt so, oh, alter, ist da Tell. Töchst du, ich bin nicht full life. Kannst du gerne. Kannst du gerne haben, die Fang. Wow! So. Oh, Gott. Boah. Glaub nicht? Ne, die ist auf dich, Akku. So, wir haben jetzt auch schon fünf Minuten, wahr? Was? Schon? Ja. Geht richtig schnell. Deswegen, Leute, machen wir auch jeden Tag eine Folge, damit wir wirklich viel mitkriegen, damit wir auch viel spielen können, weil wir haben auch richtig viel Lust, immer das zu spielen und so. Vor allem ist es immer so, wenn wir es hinkriegen, endlich aufzunehmen. Mein Glowstone! Ey. Mein Glowstone! Ich bin nicht full life. Mein Glowstone. Ich hab drei Herzen gerade mal. Mein Glowstone. Wenn du mich jetzt schlägst. Oh, guck her. Ah. Ja. Abkratzer lässt grüßen. Hä? Melone. Hahhahahahaha! So, hier noch ein bisschen Pilze. Ja, irgendwo war so ein Rizzardskelett. Ja, da vorne. Ja, da. Pass auf. Boah. Da war ein Rizzardskelett, hast recht! Weeeeehh! Puff! Oh, das brennt da unten jetzt. So, alles gut dahinten. Ich habe jetzt ab sofort richtig Angst, wenn wir so an der Kante stehen und da gucken oder so, dass es uns gegenseitig runterschmeißen. Nein, nein, würde ich jetzt machen, weil das Problem ist, das dürfen wir nicht hochladen. Denk dran. Ach, wenn wir jemanden bilden von uns? Ja, dürfen wir nicht. Ja, aber der andere dürfte es hochladen, das ist es mir wert. Weißt du? Ja, aber denkst du, das lädt ja jemand hoch? Ich glaube nicht. Na, wenn wir beide aufnehmen, ich dich so auf Spaß zu machen, dann würdest du das doch hochladen. Auf jeden Fall, du hast gesagt, wir haben die Viertelstunde schon und deswegen würde ich sagen, Leute, das war es jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Ciao.